Die Impossibles, ja die sind echt super. Und... Odi lodi! I'm scared man! Happy Wheels, Happy Wheels, Happy Wheels! Wie Boxbrake und... Jetzt willkommen zurück zu Happy Wheels. Wir spielen letztendlich mal wieder. Seit langem, weil wir uns gedacht haben, Jetzt werden wir hier schon mal wieder forever together sind. Wenigstens für drei Stunden können wir auch noch mal die bestbewerteten diesen Monat abchecken. Und dann fängt Simon einfach mal an mit Bottle Run Epic. Richtig, richtig kacke gemacht. Aber ich wüsste genau, wie es bei mir aussieht. Ich würde wieder so viel verscheißen. Du hast da ja einigermaßen drauf. Komm! Du wolltest jetzt echt vor... Das ging ja fast noch. warum macht er eigentlich den kopf immer so flieg kraft ich habe keine ahnung ich habe jetzt gesehen und zwar jetpack cool da stehe ich doch immer drauf ich weiß du bist nicht so der freund aber man weiß auch nie ein level ist immer in ordnung ein level ist immer in ordnung wie muss ich ja nur geht das überhaupt eng ja also ist einfach zu einfach so was dann mach du doch mal ein junge hat weiß doch genau was dafür dafür eine gülle sein wird ja voll geil junge patsch mal freilich war neben das hier was soll das ist vorne das ist der scheinwert voll ja das links ist erst mal beide beine verloren und irgendwie kürzlich haben wir müssen wir sind ja so war er ja das zweite finde jetzt war das erste nein erste ist das erste natürlich klasse sorry du kommst nicht mehr dran ja was ist das denn ganz links oder wie ich auch sehe ganz links ganz links wir haben wir was drittes dritte 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 ja wer was sind das für ein teil eigentlich ist die karosserie da sind dann die räder ich will das zweite ist mein auto voll scheiße einer voll geil junger richtiger ich sagte pippen mal ein du carrol Okel� list drittes oder hat und ja mit der china voll schöne ext楼 FPS erst als dafür die ort zwischen man romance und manfront ist das ist wert functions and i think this is worth 5 stars auf jedem fall und kannst du sowas von es steht tit國 hombocar volk oder dass der cof war die könnt ihr mitsel fehわか satans schwert das ist sagt das e-gitarre das war wirklich cool gemacht das ist noch mal so ein paar in die klinge der kann das gar nicht er kann das gar nicht mehr greifen soll hier in die eier sagen dann ist ein drache das selbst getötet die hölle stimmt da ist echt ein drache und ich noch einen mitgegeben einfach so und ja auch noch wir müssen sitzen jetzt alle naja ja einfach nur stark mal glas level okay das generell hat wieder mit glas als sowas ist nacht zu jampen nicht zu schnell nicht zu schnell das bricht aber nicht einfach so wie sie war ja okay das ist alles mit glas ja klar nur die sie mir die waren ungefähr einfach alle gleich dick stimmt das ist überhaupt kein problem jetzt mit spiel okay sagt block hier die vor sich las voll jetzt was mich arsch genannt sagt 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 am schnürchen sagt wir sind heute einfach zu gut muss ich sagen bisher gut doch wir sind dafür dass wir das einfach so ewigkeiten nicht mehr gespielt haben ich wollte da ballfall und logo jump würdest auch so mit reinhaken machen oder ja aber muss ein bisschen ja also die finde ich total einfach dann also ich finde doch die hohen ein bisschen schwieriger raus aus dem grad ist so kacke war aber geschafft ja ich dachte als unsichtbare waren da ist immer nur unsichtbare waren für minigames pink wo denn wenn ich jetzt bin ich bin ich bin ich bin ich bin ich bin ich spieler das ist das erste soft das ist aber cool immer so erstmal ich habe es muss da kommt noch der kommt noch jetzt kommen wir wenn die lüte der lüte jetzt kommt ball throw nachfing nachfing two balls win free bonnet oder das geht das nun drück auch mal lernt das so mal nicht ja genau das gesehen das meine ich ja so nach nachdem nachdem du meinst machen wir erst mal two balls genau und jetzt win immer mehr es als three balls like baus jetzt konzentriere ich ja okay ist ja gut jetzt kannst du quasi nicht mehr verlieren gut also habe ich voll einfach groß das windfeld ist also stimmt free fall das cool ja den gang hätten sie ruhig ein bisschen dicker machen können okay aber generell ist finde ich so mini level auch immer ganz cool die schön die kugel koloriert mit mit schatten und so die überhaupt keinen sinn machen aber richtig und noch alles drin und ja da ist also noch eine rolle braucht aber echt engen und jetzt aber echt schwierig die ganze scheiße noch mal wo viel früher loslassen genau der hat nicht so viel schwung mitgenommen und jetzt aber wieder die sind nicht so einfach ja ja so ist es doch okay ich halte einfach einem anderen flüster oder was muss jetzt machen du bist ziemlich kacke eigentlich wo hat ich das klappt ja da ist das nur namen verloren du bist aber nicht erster und der und der typ nicht als schild genommen hat lebt einfach immer noch das geht ja so auch nicht ja okay ist eine gute liege position ja es ist doch gar gar kein problem gar gar kein problem fight time was hat das mit feiten zu tun kick mal kickmaster let the game begin okay die kommen mit einer unterschiedlichen geschwindigkeit 3 weg killer was war das was passiert der kann ja gar nicht so jetzt der wirft wohl war es oder versteht da killer attack 12 prozent damage 20 aufpassen an die kommen alle nur gerannt die kommen alle so wie beim knife man knife man kommt noch mal ein bisschen ob er so ist er viel wie viel messer hatte der dann macht er dann fünf und fünf oder was weiß ich nicht der timi noch bobby meine ich alle tot alle das ok die sie jetzt aber ich stehe da drauf die kommen auch jetzt werden geflogen war so da oben da oben hoch hier ok 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 mutend 70 prozent attack und 80 tag tag was sind das für mutend er hat sich auch von cinderman ja aber er hat sich auch selber direkt erledigt ja gar keine chance gegen uns kann man mit so einem schwert im arsch geht das alles viel besser und was war ganz witzig eigentlich ja du musst zett stimmt und dann schwert holen und jetzt jesse junge wie sie wieder in den arsch wo ist jetzt das ziel weiß ich nicht oh der hat sich zwischendrin noch mal ein schwert geholt oder das sieht aber richtig professionell aus hatte damals ein bisschen angst grad und ja ok habe ich habe ich habe ich habe ein trophäe hier in der hand also sein arm hängst du den jetzt nach hause oder ich finde du hast gewonnen wollen wir noch ein paar kniebeuge in der luft also ja das brauchen wir doch auch immer die impossibles ja die sind echt super gut warte alle und und also mit der jahre also mit der miene im gesicht ist und sie wegkippen das war eine das aktuelle sie hast du nicht das haben wir die ganzen dinge ja 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 das und Die Mine da oben ist ja auch richtig gemein. Komm, das finde ich okay, das finde ich okay. Escape. Ja, in Escape the Box und dann hier Top Rated This Week oder sowas. Mit der Oma, auch mit der dicken Oma. Prosti Oma, hier. Weil die ist breiter, ist wahrscheinlich einfacher, oder? Ich glaube, dasselbe haben wir schon mal mit der Oma gemacht. Nee, aber nicht, dass da oben einer ist und dass da hinten das Baby da steht. Aber das sieht einfach saugut aus. Du lebst noch, oder? Könntest du den ersten Try machen. Es kommt gleich. Hör aus! Ja, okay, es wird überall relativ... Noch schwieriger. Tief gleich. Vor allem, wie das so aussieht, würde Simon irgendwas kontrolliert machen. Aber er macht auch einfach nur so... Dass du immer überlebst! Das war gut! Nice! Das war quasi Escape the Box. Ja, das war ziemlich krass gemacht eigentlich. Ich mache auch so eins. Ja, ich mache auch mal eins. Ich mache random, aber so richtig random. Escape the Box, Punkt. Ich meine, es ist ja immer derselbe Scheiß. Vier Sekunden hast du. Vier Sekunden ist... Das ist gar nichts, aber... Tja, echt nicht gelebt. Das ist nicht so cool wie ich. Ja, komm. Komm, das ist gut. Ich fand das auch gut. Die Vier Sekunden ist sauwele. Ja, und die Box ist ziemlich klein. Was aber eigentlich... Was ja so schlecht ist. Das ist ein Vorteil. Ja. Das ist... Also ich glaube, greifen ist schon die richtige... Ist schon die richtige Idee. Ja. Boah. Vier Sekunden ist richtig wenig. Das ist okay. Ja, und? Komm. Freedom. Also es ist immer... Es gibt Cheater Reed. Aber okay, ja. Jetzt gibt es auf jeden Fall noch Spike Fall. Also ohne Spike Fall gehen wir hier nicht nach Hause. So... Fliess. Du schaffst es. Ich hole die Beine. Und jetzt nach hinten die checken. Nach hinten die checken. Das ist kein Problem. Der war voll cool so. Der war richtig kurz. Das ist ja... Das ist ja... Also hier... Spike Fall. Der war einen richtig schlecht bewerteten. Richtig schlecht bewerteten. Richtig schlecht bewerteten? Wir machen mal die schlechtesten. Au, das machen wir gleich plötzlich mal. Das haben wir noch nie gemacht. Oh. Wo? Nice. Exakt 5 Sekunden und komplett glatt auf. Und das ist ja... Unverletzt. Die schlechtesten... Stimmt, das ist... In diesem Jahr. Okay. Play Count und dann den... Play Count und dann den schlechten... Richtig Kacke. Zum Beispiel da... Achso, Anytime machst du, ne? Ja. Da! War eins mit drei. Ja, drei hat... Ja, ja. City Bieber gay fun. What the fuck. Ups, jetzt weiter. Okay. Come to daddy. Come to daddy, yo. Das war schön, gell? What the shit. Here are freaking zombies. No... Zombies. Ew, so... Oh, zazza. Ja, aber ich mein... Ist schon klar, warum das so bewertet ist, ne? Da! Robeswing mit zwei Sternen. Bei 11.000 Klicks. Mit 11.700. Der muss richtig scheiße sein. Ach, ist es meiner? Ja, es ist your turn. Supergeil. Ja, guck, du kannst den am Anfang wahrscheinlich nicht greifen. Ja. Aber jetzt. Ja. Das geht. Komm. Und schwingen. Das Ding. Das ist einfach richtig hart. Das ist richtig kacke. Und noch mal nicht kette. Wunder gerne Move. Und noch mal. Oh, pfff. Aber nicht schlecht. Ich will es gar nicht so packen. Am Anfang ist halt schon scheiße. Ja. Ich fand das jetzt gar nicht so scheiße. Ich fand das jetzt gar nicht so scheiße. Also, zwei Sterner sicher. Ne. Aber da fällt mir... Das ist nur wegen dem Anfang, weil die Leute dann entgehen. Da fällt mir gerade noch ein, wir hatten noch ein neues Level für uns gemacht. Gekriegt, glaube ich. Genau, ein Pogo. Yo, Denizov oder Dennis, ne? Also, auf jeden Fall, du hast das gebaut, genau. Das ist mein Pogo-Level leider. Den nehmen wir zum Anschauen... Ich übernehme keine Harten. Ja, diesen Achievement Hunter. Ja, vor allen Dingen, vier Sterne. Scheiße, ne? Also, kann er da nicht so schlecht. Achievement Unlocked, aller Anfang ist schwer. Hey, wir sind ja auf jeden Fall Achievement Hunter. Mal gucken, wie viele Achievements hier wir, äh, vorschalten können. Ja. Das kennen wir auf jeden Fall auch nicht. Das Level... Wo ist das Achievement? Wo ist denn das Achievement? Jetzt bitte, hallo? Ja. Da kommst du niemals hoch. Ja. Ach so, ja, du hast jetzt einfach mehr drauf. Ohaah! Ohaah! Nur mal, einfach mit doppelt. Naja, jetzt kommt der Wiggle Moves. Da kam ein Dreieck. Kommt das jetzt auch rechts auch schon? Ne, noch nicht. Vorsicht, jetzt hoch. Geh hoch mit dem Oberkörper. Da kommt doch jetzt so ein Ding von oben. Boah! Nein! Du bist so scheiße. Mach einfach so weiter. Zieh einfach durch. Jetzt nicht wieder mit dem Korb. Das ist okay, oder? Greif das Ding. Halt es fest. Wenn du doch den Pogestick nochmal gegriffen bekommst, geht alles. Ich glaube, der Pogestick ist kaputt. Der ist kaputt. Dass du auch nicht wartest. Wie? Ich hab... Ich wollte da nicht... Du kannst dich einfach hier hinstellen und das Ding kommt ja. Dann lässt... Hab ich ja versucht irgendwas. Oh nein! Nein! Oh! Ja, wenn du jetzt noch den Knopf drücken kannst. Ja, okay. Wirf mal dein Bein da hoch. Ja. Ja, okay. Nachher. Du weißt, es geht so? Nein! Oh! Was macht der da für Moves, ey? Ich weiß es nicht. Boah! Mit einer Hand noch an der Wand. Nein! Jetzt kannst du zurück. Jetzt kannst du ja kommen. Oh shit! Ey, du hast da vorhin auch ein bisschen viel gebraucht. Wie kommt man denn am besten auf? Ganz normal, lass die einfach raufkommen. Ja, und wann dann springen? Bisschen später? Bisschen später. Im Test landen. Oh, das war halt zu krass. War too much. Aber das ist in Ordnung. Wenn du deinen Fuß noch abtrennen kannst, hast du ein bisschen weniger Ballast. Sehr gut. WAM! OP, OP, genau. So zack! Zack! Ja! Ja, sehr gut. Wir machen Fortschritte. Ich glaub, jetzt ist nicht mehr sol mit hochkommen oder du pokerst es nicht du schaffst es alleine komm aber nicht so fast das forst ist possible diese dreiecke dazu so hipster dreiecke ja wahrscheinlich aus wie war geklaut ja komisch nein mann das gibt es doch nicht echt mal wie soll das jetzt funktionieren warte 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 so war ja 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 nice kannst weg schieben ein bisschen so mega bisschen oder ich hatte echt angst um deinen hals ja komm ein bisschen ja 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 ich mache das nie wieder jetzt so jetzt das letzte mal was ich das gemacht habe was passiert nice du machst wohl alles für geld achievement unlocked du machst alles für geld cool okay das war jetzt wahrscheinlich nur der anfang ja ach du scheiße wie weit geht denn diese wie krass ist das level mach du mal da weiter aber nicht sterben jetzt bitte einfach so ich meine das war so ein luck dass ich da durchgekommen bin okay es geht steil demo soll ich es weitermachen kommt jetzt wahrscheinlich in der vollversion gibt es dann vier vielleicht vier viel mehr mehr zu sehen also kommt jetzt ein ziel viel mehr achievements lustigere gags einen einen achievement counter achievements counter überlegtere und lustigere achievements überlegte mehr herausforderung ist ja komm ich will sterben war 182 sekunden war ja gar gar nix ja dasselbe war ich ganz cool aber mach lieber ein zweites einen zweiten teil davon weil genau so sonst muss man den ganzen kram da als wir haben michael bay haben wir auch gehandelt ja cool 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 sehr gut wir hoffen ja dann auch spaß mit der episode und wenn ihr mehr happy will sehen wollt könnt dass man die kommentare schreiben war auch völlig jetzt auf dem t-shirt rum wie der letzte volle die uns ein kleines schulmädchen ja ich glaube da würde ich sagen wir sehen uns an der nächsten folgen däubchen abonniere bock habt ohne sie und sagt rein